Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen die Türen noch auf. Das geht auch. Dann braucht man nicht dieses große Teil. Dann haben Sie nur kleine Fahrradträger. Den nehmen Sie ab. Fertig. Wie ist es denn in Holland mit dem Gewicht? Ja, ja. 3,5 Tonnen? Ja. Das Fahrzeug muss man auflassen? Wenn es über 3,5 Tonnen ist, dann muss ich ein neues Fahrerschein. Okay. Also dieses Auto, wenn er so kommt, wiegt er ungefähr 3.100 Kilo. Wenn man dann aber noch so lange Fahrradträger ist, dann müsste man eine Zulassung machen bis 4,2.0. Oder im 4,2.0. Aber es ist kein Fahrradschreiber oder sowas. Mit Luftfeder und Rollen auf der Hinterachse. Das muss man halt bedenken. Weil das Gewicht ist ja ein großes Thema. Nichts stärk. Ja. Ja. Wenn man dann auch noch holt. Ich bin zwar nicht mehr. Aber ich bin jetzt mal neben mir. Ich bin jetzt mal so glücklich. Ich bin jetzt mal so glücklich. Das ist alles so glücklich. Dann sind voll integriert oder teilintegriert hinten mit dem großen Fahrrad. Die Leute knallen das Vollred. Und wenn sie durch die Eilen hier laufen. Und das steckt dann auch von 2,9 Gramm dran, oder hier, ja von 2,9 Gramm, dann hat er sie auch angekommen. Ja, das ist, das geht noch nicht. Aber das wird jetzt viel werden. Aber jetzt sind so viele, also in Deutschland, jetzt müssen sie den Haulack nicht mehr noch mehr. Das wollen Sie. Ja, 100 Prozent. Das müssen wir noch haben. Ja, das wollen wir nicht mehr. Kann ich nicht überspringen. Ja, ja. Ja, meine Damen und Herren. Wir haben aber auch das Holz. Früher war der heiße 50 D-Bahn-Schein, da war ein Gebäude drauf und zwei Türen. Das ist in Höhe. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020